So, der nächste Programmpunkt ist Founders Heritage Park. So, wo sind wir jetzt? Hier ist das, was du schon gesagt hast. Heritage Garden. Heritage Garden. Was du uns heute alles wieder bietest, so. Was? Was du uns heute alles wieder... Also, ich mag solche alten Museumsstädte, das ist schon cool. Eine Bank war das. Das ist ein Schuhreparatur. Das ist auch cool. Das ist ein Schuhreparatur. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Stagecoach, das ist ein ähnliches, wie wir in den USA gesehen haben. Stagecoach. Was da ist. Warum haben wir das gesehen? Wir haben das doch mehrfach gesehen. So, jetzt machen wir eine Zugfahrt. So, hier kaufen wir ein Ticket. So, hier kaufen wir ein Ticket. Und jetzt laufen hier. Boge. Ich bin. die alten fotos hier finde ich ja total cool so das war's mit dem park also ich muss sagen mir hat ja schon gut gefallen ich gucke mir gerne solche alten museum städte an das wahrscheinlich die bahnfahrt war ein bisschen eher was für kinder aber okay haben auch spaß daran gehabt